Herzlich willkommen liebe Zuschauer, es ist Donnerstag 18 Uhr, Zeit für unseren beliebten Zoom-Talk hier auf Aktionus TV. Heute zusammen mit dem Mick und dem Jens. Der Jürgen ist ja diese Woche im Urlaub in Frankreich. Der hat uns gestern schon ein kleines Video-Update geschickt. Wir grüßen ihn ganz letztlich an dieser Stelle. Ja, wir haben heute wieder viele spannende Aktien und Themen im Gepäck und beantworten natürlich wieder eure Zuschauerfragen, die wir im Laufe der Woche gesammelt haben. Hier geht es heute um Rational, Indus Holding, Intel, Teladoc, Ixtron und den Medical Properties Trust. Dann sprechen wir über die Cannabis-Legalisierung ab 1. April. Welche Aktien profitieren hier? Und zum Schluss schauen wir uns noch die Höck Autoliner-Aktie aus Norwegen an, die aktuell eine Dividendenrendite von über 30% verspricht. Wenn am Ende noch Zeit ist, werden wir natürlich noch auf eure Live-Fragen hier aus dem Chat eingehen. Also kräftig mitschatten und Fragen stellen. Ja, starten wir wie immer mit dem Blick auf die Märkte, Mick. Wir hangelten uns diese Woche von einem Rekordhoch zum nächsten und beenden die Woche. Aber auch das ganze Quartal nahezu am Höchststand. Ja, was ist dein Fazit und vor allem, wie könnte es jetzt weitergehen? Ja gut, Fazit haben wir ganz klar. Jetzt auf Quartalssicht über 10% hat der DAX da schon zugelegt. 10,13, 10,4%. Auf Monatssicht jetzt im März sind es 4,5, 4,6%. Ja, und die Börsen laufen tatsächlich gerade auch der DAX von einem Rekord zum anderen. Auch heute allerdings ohne Rekord. Sehr, sehr starkes Ergebnis, muss man sagen. Wir liegen aktuell in etwa bei 18.492, lagen im Hoch bei 18.510. Die Handelsspanne war obdessen, dass wir ja morgen, Karfreitag und Ostermontag keinen Handel in Frankfurt haben, relativ nün und eng. Um es mal grob zu sagen, die Händler, die Makler auf dem Parkett hatten so gut wie gar nichts zu tun, haben sich heute ordentlich mit Kuchen oder anderen Themen beschäftigt. Aber wie gesagt, verkaufen will keiner. Dabei müsste der DAX oder die Indizes tatsächlich mal ein bisschen Luft schöpfen. Wir müssen mal ein bisschen nach unten gehen, eine kleine Konsolidierung einleiten. Die könnte dann, wenn sie denn kommt, im Rahmen von 300, 400 Punkten liegen. Dann lägen wir in etwa so bei 18.000 respektive auch mal unter der Marke. Aber danach scheint es ja momentan nicht auszusehen. Wir haben zwei wesentliche Treiber. Klar, die Fantasie rund um die künstliche Intelligenz, die vor allen Dingen natürlich die amerikanischen Technologieaktien antreibt. Und auf der anderen Seite Zinssenkungsfantasien, wo die Marktakteure hoffen, dass aus den Fantasien irgendwann mal Zinssenkungsrealitäten werden. Und da hat ja Fed-Chef Jerome Powell gerade in der letzten Woche, dass er 13 Senkungen angekündigt hat, genügend die Märkte befeuert. Also es ist bis dato ein super Quartal. Es war ein starker März, muss man sagen. Und wie gesagt, Gewinnmitnahmen sehen wir großartig. Keine im Markt. Da wird sofort wieder nachgekauft. Also das ist und bleibt spannend, wie es da jetzt im April weitergehen wird. Dann starten wir mit unseren Zuschauerfragen. Der Norbert, der hat eine große Position Rationalaktien. Er schreibt, die haben sich bei ihm verzwanzigfacht seit seinem Kauf. Er will wissen, ob er aussteigen soll oder weiter halten soll. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, schreibt er. Will da jemand die Firma übernehmen? Ja, gestern auch Zahlen vorgelegt, rational. Die Aktie daraufhin nach oben geschossen und befindet sich nun auf einem Zwei-Jahres-Hoch. Jens, was ist da deine Meinung? Ja, erst mal, wie nennt man das, wenn eine Aktie sich verzwanzigfacht, also verzehnfachtes Ten-Bäcker. Sven-Bäcker. 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 Jedenfalls, wow. Also Glückwunsch. Und ich glaube, verzwanzigfacht geht nur, weil man glaube ich von Beginn an dabei war. Also IPO war so vor 20 Jahren, 25 Jahren, da ist die Nicole noch mit der Trommel- und Weihnachtsform gelaufen quasi. Da war der Börsengang. Und wer dann dabei geblieben ist, das zeigt wieder schön, wie sehr es Buy and Hold sich lohnen kann, wenn man das Richtige buyt und holdet quasi. Also allein schon die Dividenden, die in der Zwischenzeit ausgezahlt wurden, haben die Investitionen schon längst wieder reingespült. Und da hat man dann leicht aus 1.000 Euro mal 20.000 gemacht oder aus 5.000 100.000. Das ist unglaublich. Deswegen erstmal Glückwunsch an der Stelle. Was mich am meisten fast niedert gestern, die Zahlen waren erwartet worden und der Ausblick war vorsichtig. Und trotzdem ging die Aktie nochmal gewaltig nach oben. Das zeigt also, das Vertrauen in die Firma ist unheimlich groß. Also für alle, die es nicht kennen, rational macht Küchen. Also keine jetzt für zu Hause, sondern für Kantinen oder für Restaurants. Und auch nicht wirklich Küchen mit dem Sinne von Pfanne und Blech, sondern so Großküchen, um große Mengen Speisen für die hungrige Arbeit der Meute aufzuwärmen, die um zwölfchen Kantinen gestürmt. Also Dampfgare, allgemein Backbleche, Regeneratoren und so weiter. Also viel essen, schnell herzaubern, das macht rational. Aber die Reaktionen sind schon teilweise irrational jetzt. Also man hat da schon wirklich eine Bewertung erreicht. Man ist fast wieder am All-Time-High. Aussteigen, also man hat ein KGV von um die 40. Normalerweise schreie ich da Hilfe. Aber bei der Aktie, also der Ausblick, den man gegeben hat, der war vorsichtig, aber vorsichtig optimistisch. Also es gibt noch viel zu wachsen für die Firma. Vielleicht sollte man jetzt mal einen Teil realisieren, ein Stück mitnehmen davon, wenn man so ein dickes Geschäft gemacht hat und noch was behalten. Vor allem ganz wichtig, die Firma macht einmal im Jahr, veranstaltet die ein großes Festbankett in Augsburg, nennt sich Hauptversammlung. Da stellt man seine Geräte aus und da kann man dann hingehen und sich den Bauch vollschlagen. Also die haben da tolle Köche, die da hervorragendes zaubern. Allein deswegen würde ich mindestens eine Aktie halten, um mich einmal im Jahr dort satt essen zu können, wenn ich in der Nähe wohne. Das war das kleine Geheimtipp, so Thema Giveaways steuerfrei. Aber eine tolle Aktie und es spricht, sie ist teuer, aber sie ist gut. Und Qualität zu hohem Preis. Also ja, halten, vielleicht gerade nicht zukaufen. Halten und genießen. Ja, Besitz und Anbau von Cannabis werden in Deutschland zum 1. April mit Vorgaben legal. Daraufhin legten die Aktien wie zum Beispiel Canopy Growth oder auch Tilray zweistellig zu. Wenn wir uns die Aktien aber mal im Langfristchart anschauen, Mick, da ist die Frage, ob die jemals wieder dahin kommen, wo sie mal waren. Wie viel Potenzial traust du da den Cannabis-Aktien zu? Und auch der Jürgen hat uns eine Frage gestellt, wie kann man jetzt an der Börse von der Cannabis-Legalisierung profitieren? Na ja gut, wenn ich da keine Aktien habe, dann kann ich da natürlich aktuell rein. Wenn ich mir die Canopy Growth anschaue, du hast vollkommen recht, die lag eben hoch bei 25,22 Euro und hat seitdem ein Minus von 98 Prozent, das ist für mich schon fast Totalverlust erwirtschaftet. Die liegt gerade noch bei 45 Euro Cent, also unter einem Euro. Das sind normalerweise Aktien, da spreche ich gar nicht drüber. Ja, sogenannte Penny Stocks. Bei der Tilray war so die Lage im Hoch bei 60 Euro, hat ein Minus von 96 Prozent aufzuweisen auf 2,41 Euro. Also wann die tatsächlich mal wieder ihre alten Stärken erweisen sollten oder ihre alten Größen kriegen, da darfst du echt viele, viele Fragezeichen dran machen. Vor allen Dingen, klar, wir haben ab 1. April die Legalisierung für Cannabis, auch in Deutschland, aber worauf läuft das denn hinaus? Läuft da darauf hinaus, dass du sowieso, wenn dann dann nur in irgendwelchen Clubs rauchen darfst oder privat und dann kannst du natürlich dir deine Pflanzen auch selber hochzüchten. Ja, da ist die Frage, da brauche ich nur ein paar Samen, da brauche ich ja großartig kein Tilray und kein Canopy Growth. Ja, weil die verdienen ja hauptsächlich ihr Geld durch medizinisches Cannabis. Ja, der Markt könnte natürlich wachsen. Das hört man auch, gerade wenn man dem CEO von Canopy Growth zuhört. Na ja, gut, bei dem Kurs muss der auch relativ optimistisch sein. Der sagt natürlich ganz klar, in 24 Monaten könnte der Markt auf 2,5 Milliarden Dollar wachsen oder mehr. Aktuell liegt der Markt bei 500 Millionen Dollar. Das heißt also, da hat man natürlich schon noch einiges an Voraussetzungen. Aber dazu muss nicht nur Deutschland dabei sein, dazu muss die USA dabei sein und da muss auch Kanada noch mitspielen. Ja, und das sehen wir aktuell noch nicht. Ja, weil die Gesetzgeber müssen natürlich klar die Legalisierung dann dementsprechend auch freigeben. Also medizinisches Cannabis sicherlich ein Markt, aber ob da tatsächlich so viel Geld zu verdienen ist, dass beide Unternehmen wieder ihre Allzeithochs erreichen, da mache ich doch nach wie vor ein paar große, große Fragezeichen an. Bei Tilray ist man da noch ein bisschen anders drauf, weil Tilray macht ja nicht nur Cannabis. Die sind ja auch noch im Bereich Bier und alkoholische Getränke unterwegs, ja. Und will da natürlich klar um die Top-Positionen rein unter die ersten zehn. Gut, da habe ich natürlich noch mehr Möglichkeiten, wenn ich natürlich noch Alkohol und wie gesagt auf der anderen Seite Bier verkaufen kann, anstatt nur in dem Sinn Cannabis. Also ich bin da sehr vorsichtig. Wenn ich die Aktien habe, da muss ich ja irgendwann noch mal sagen, ich weiß ja nicht, wann die Jungs eingestiegen sind, ziehe ich die Reißleine. Naja gut, bei 45 Cent auf der anderen Seite, wenn ich jetzt reinsteigen will, mache ich vielleicht nicht unbedingt was verkehrt. Auch 2,41 Euro für die Tilray. Okay, die kann man aktuell dafür zahlen. Alle die, die da natürlich vor Jahren eingestiegen sind, zu Höchstpreisen, tue mir natürlich leid, weil, wie gesagt, die werden beide Unternehmen, sagen wir mal, so schnell auf jeden Fall nicht wiedersehen. Da möchte ich auch mal einhaken, Mick, ein Argument von dir, dass man das Zeug sich selber ziehen kann. Also Tomaten kannst du dir auch selber ziehen im Garten. Nee, da kannst du ja selber ziehen. Ja, aber die wenigsten können die Leute ja tun. Ja, aber mach die wenigsten. Lidl verkauft immer noch am Band und hat damit ein großes Geschäft. Also nur, weil man das selber ziehen kann. Das Problem ist ja, das Gesetz ist ja so ausgelegt in Deutschland, dass es keiner was mit verdienen kann. Da merkst du, was Marxisten sich das ausgedacht haben. Keine Industrie soll daran reich werden. Das ist doch schon wieder der Denkfehler in Deutschland. Lass doch Malbro oder Altria ihr Geschäft mitmachen. Das ist doch nicht unser Problem. Ja, vor allen Dingen hätte man es ja auch besteuern können dann dementsprechend. Richtig. Das war ja mal die Grundidee, da vier Milliarden Steuern pro Jahr rauszuziehen. Aber da flackert die Ampel schon wieder. Und zwar ganz gewaltig. Richtig. Ja. Hier wird schon im Chat gesprochen, wie man anbaut. Sehr gut. Drei Meter Schätzlinge. Erde, Samen, Wasser, Liebe. Ja. Machen wir weiter. Der Thomas, der wünscht sich mal wieder ein Update zum Medical Properties Trust und hat uns gestern geschrieben, heute, also gestern ist er quasi um 20 Prozent gestiegen. Wird aber auch mal Zeit. Ging ja die ganze Zeit nur bergab. Jens, du hast ja schon etwas überlegt. Normal kriege ich immer die Frage gestellt, wenn sie da bergab ging. Ja, wie tief fällt die denn noch? Und was ist denn los? Was soll ich? Jetzt steigt sie mal. Zum Glück kriege ich die Frage jetzt auch. Ich habe immer gesagt, man muss da Geduld mitbringen. Also die Firma an sich ist ja recht solide aufgestellt. Man ist ja auch weiterhin kreditwürdig. Es ist eben dieser eine Patient, den man an Bord hat. Diese Stuart Group, die momentan in Schwierigkeiten kam. Und dazu eben diese immense Menge an Short-Sellern. Und was die Firma eben nie gehabt hat, waren gute Nachrichten. Wenn mal ein bisschen eine gute Nachricht kam, wo sie gleich wieder von Short-Sellen zerredet und ja, auch von einem relativ schweigsamen Management zerschossen. Jetzt ist mal eine gute Nachricht da und die Aktie, ja, der Deckel fliegt so ein bisschen. Also wenn jetzt das Ganze anhält, dieses gute Sentiment, dann werden die ganzen Short-Seller aussteigen müssen mit großen Verlusten. Und dann erleben wir so eine gegenläufige Lawine, also ein Short-Squeeze. Diese Leute müssen sich dann plötzlich eindecken, weil die Risiken zu groß werden, müssen dann überteuert zukaufen und dadurch wird der Kurs immer weiter gesteigert. Also das kann jetzt schlagartig wie ein Korken aus der Flasche jetzt fliegen. Es kann aber auch noch dauern. Also es kann jetzt auch wieder gegenläufige Nachrichten geben. Die Short-Seller werden sicherlich nicht kampflos sich zurückziehen, sondern sie werden noch mal ein paar Haare in der Suppe suchen. Schwimmen noch einige drin rum. Also Stuart ist nicht gerettet. Die haben nur einen schönen Teil verkauft an United Health und haben sich jetzt damit etwas entschuldet und können erstmal ihre Miete weiter bezahlen. Gute Nachricht, aber wie gesagt, eine gute Nachricht macht auch keine Bibel sozusagen. Sondern die frohe Kunde muss sich erstmal ein bisschen ausbreiten. Und deswegen, ja, ich würde weiterhin Geduld zeigen. Es kommt bald wieder Dividende im April. Nehmt die doch einfach mit und entspannt euch ein bisschen und schaut die Show noch ein bisschen an. Weiterhin eher so ein Halten. Es kann auch noch mal bergab gehen, wie gesagt. Die Short-Seller werden sich hier noch mal zuschlagen. Und wenn es dann passiert, dann wird es relativ schnell nach oben gehen. Ja, dann kann das Ganze sich also wieder wenden, das Blatt. Relativ, also Risiken sehe ich jetzt keine allzu Großen, die nicht auch bei einer Vonovia, einer Tacke-Mobilien oder wie sie alle heißen, drinnen wären. Zinsen runter, Aktie rauf. So in der Art. Der Christian fragt uns über Instagram, kann Intel wieder an die anderen Chip-Hersteller rankommen? Der Kurs wirkt für ihn jetzt sehr ansprechend. Mick, was ist da deine Meinung? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Kurs aktuell war 41,14. Klar, wir haben natürlich zwei Positionen, sage ich mal. Auf der einen Seite natürlich China, wo Intel natürlich auch gerne verkaufen würde. Aber China hat ja nun mittlerweile seit Jahren schon seine Arbeit da reingesteckt, zu sagen, Schlüsseltechnologien aus dem Ausland, ja, die wollen wir eigentlich nicht haben. Schon gar nicht in unseren sensiblen Bereichen. Da ist der Chinese ja relativ eigen drin. Ja, und jetzt hat man ja schon gesagt, hier, wir wollen, dass halt eben zentrale Regierungsbehörden, staatlich unterstützte Unternehmen innerhalb von zwei Jahren PCs von ausländischen Marken durch einheimische, sprich chinesische Produkte, ersetzt werden müssen. Also da wird sich Intel schwer tun. Aber das ist ja nicht nur Intel. Das sind ja auch noch andere Chip-Hersteller, wo die Chinesen dann sagen, nein, danke, machen wir lieber selber. Aber auf der anderen Seite hört man auch, dass Intel jetzt mit der Regierung zusammenarbeitet. Das heißt, man bekommt jetzt aus Washington Regierungsgelder. Dreieinhalb Milliarden Dollar. Damit, und das ist natürlich ein Mark, damit Intel in Zukunft Halbleiter für die Militär- und Geheimdienstprogramme herstellen kann. Und wir sehen ja, alles, was mit Militär zu tun hat, das haussiert ja gerade. Ob das in Deutschland eine Rheinmetall, eine Reng ist, die nach oben laufen, so sieht es da natürlich auch bei den PCs aus. Klar, da muss man auch die Verteidigung aufrüsten und dementsprechend vernünftige Chips herstellen. Jetzt hat man in Amerika einen sogenannten Chips and Science Act ins Leben gerufen. 39 Milliarden US-Dollar sollen da generell in die Halbleiterindustrie hineinfließen. Ja, aber nur in die, die natürlich auch Chips in den USA produzieren. Und also aus China, Asien will man da natürlich keine haben. Und da könnte es sein, dass dementsprechend dieses Paket von Intel von dreieinhalb Milliarden, die man jetzt zugesagt bekommen hat, tatsächlich auch noch mehr werden. Ja, und daraufhin hat man natürlich auch ganz klar von Analystenseite aus gesagt, Mensch, wenn der Staat sich schon bezahlt, das ist ja ähnlich wie bei Palantir auch. So, Palantir wird ja nun auch mehr oder minder von der US-Regierung beauftragt und mitbezahlt. Dann ist das natürlich schon eine gute Geschichte. Und da hat die UBS direkt mal das Kursziel angehoben von 38 auf 46 US-Dollar. Also von daher, Intel auf jeden Fall mehr als interessant. Und wenn dann das geplante Werk, was man ja in Deutschland noch vorhat, auch noch kommt, dann denke ich, hat die Aktie all along weiteres Potenzial nach oben zu laufen. Und wir sehen es ja momentan, alles, was mit KI und Halbleitern zu tun hat, das ist gefragt. Also von daher, die Aktie entweder behalten oder halt eben zukaufen, vor allen Dingen dann, wenn sie mal leicht etwas schwächer geworden ist. Jens, der Harry Proper hat dich über Instagram gefragt, kannst du mal was zu der Indus Holding sagen? Haben ja gerade ein niedriges KGV und KBV und eine gute Dividende, sollte man da jetzt einsteigen. Ist ja eine deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Bergisch Gladbach und hat ganz schön zugelegt im März. Kommt nicht Heidi Klum aus Bergisch Gladbach? Ach, der hat mich schon zugelegt. Ja, das war in der Liga. Ne, mal abgesehen davon, ich bin seit 2006 bei Indus Holding an Bord. Also auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, hier wird es 18 bei mir quasi. Hier wird es volljährig in meinem Depot. Das ist eine richtige Maschinenbau-Nerd-Aktie. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie euch im Leben begegnet, sondern das ist sowas, wo jemand, der Maschinenbau studiert, sagt dann, boah, toll, Bördelnahten auf Flansch, Verbindungen in Kesseln oder sowas. Druckkessel, Material zum Sandstrahlen. Eine Holding aus ungefähr 30, 40 mittelständischen Industriebetrieben, die Sachen herstellen, die die meisten von euch niemals zu Gesicht bekommen oder niemals brauchen werden. Natürlich umgeben sie euch, aber das ist wirklich so eine Aktie, die total unsexy daherkommt und die euch also nicht weiter beschäftigen muss von dem, was sie machen. Aber, wie gesagt, das KGV ist niedrig. Wenn ich aber meine letzten 18 Jahre mit der Aktie ein Revue passieren lasse, sie kamen nie wirklich vom Fleck. Also die Dividenden wurden mal gesenkt, mal gesteigert. Sie waren nie wirklich höher, als sie jetzt sind. Meistens waren sie niedriger, mal 40 Cent, mal 16, mal wieder ein Euro, 1,20, dann wieder runter, wieder rauf. Also dividendentechnisch war es eher ein Fiasko oder zumindest ein Nullsumenspiel. Und vom Chart her schaut es genauso aus. Also die Aktie ist heute noch genau in dem Stand, wo ich sie vor 18 Jahren gekauft habe. Ich komme also auf eine Jahresperformance von so 3, 4 Prozent und das ist ehrlich gesagt, ja, wie halt Maschinenbau so ist. Man braucht ihn, keiner schätzt ihn so richtig hoch ein, wie so Maschinenbauingenieure halt auch so. Das sind die Typen, die mit so speckigen Hemden im Keller sitzen vor schwarzen Wänden und irgendwelches Geseihe über Aktien von sich geben. Also unspektakulär bis dorthin aus. Und ich wüsste jetzt nicht, was sich an der Maschinenbauaktie Indus Holding ändern sollte in Zukunft, dass sie plötzlich mehr anspringt oder sowas. Leider, also manchmal ist der Blick in die Vergangenheit sehr wertvoll, denn diese Meldungen waren schon oft, das KGV ist niedrig, die Dividendenrendite ist bei 5, 6 Prozent, die ist auch schnell wieder weg, wenn die nächste Krise kommt. Der Maschinenbau ist ein Konjunktursensibelchen. Wenn die Konjunktur irgendwo am Knüggeln ist, dann geht der Maschinenbau, weint in den Keller und kommt erst lange Zeit später wieder hoch. Und die Konjunktur in Deutschland, das wissen wir selber, unter Rot-Grün-Gelb sehe ich da wenig Wachstum. Deswegen, wenn einsteigen, dann mit einer ich-möchte-mal-weiter-schauen-Position und seid nicht zu euphorisch. 6 Prozent ist jetzt aktuell angesetzt, aber es kann in den Jahren später auch mal wieder gewaltig zurückgehen. Also die Aktie hat es nie geschafft. Es ist sowieso so wie Jupiter, der hätte mal eine Sonne werden können, hat es aber verkackt. Und so ist die Indus Holding auch seit Jahren der Jupiter in meinem Depot. Ja, die nächste Aktie stand einst mal bei 250 Euro, jetzt noch so um die rund 14 Euro. Der Peter Reinicke fragt, könnt ihr bitte mal was zur Teladoc-Hels-Aktie sagen? Was ist da eure Meinung? Ja, ist ja ein US-amerikanisches Unternehmen für Telemedizin und virtuelle Gesundheitsfürsorge. Was kann man da genau darunter verstehen, Mick? Und wie siehst du da die weiteren Aussichten? Da möchte ich mich echt nicht zu äußern. Mein, das Papier hat sich dieses Jahr schon wieder gehälftelt. Ja, die lag ja im Hoch dieses Jahr oder auf Jahreshoch bei 27,6. Jetzt liegt sie bei 14,17 Euro. Und du hast es allzeit hoch schon erklärt. Ja, okay, die machen Telemedizin, medizinische Gutachten, künstliche Intelligenz, Analytik und lizenzierte Plattformen. Du kriegst fast keine Nachrichten von denen, ja. Und die letzte große Nachricht, die ich jetzt gefunden habe tatsächlich, die war so, dass man auf der Suche ist nach Mergers and Acquisitions, dass man halt eben weiterhin Möglichkeiten sucht, um Fusionen und Übernahmen zu tätigen, um die klinische Präsenz und den Umfang der klinischen Dienstleistungen zu erweitern. Okay, meine, ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der sich Telemedizin, also per Zoom oder per Video oder sonst wo, medizinisch beraten lässt. Ja, ich meine, Teladoc, die sind also ordentlich in der Welt vertreten, muss man sagen, 130 Länder. Aber ich sehe da noch nicht irgendwo den Income. Ja, da fehlt mir die Fantasie. Ich weiß auch nicht, wie viele Kunden die haben oder wie gut das Geschäft da wirklich läuft. Da kriegst du auch nichts von raus, muss man sagen, ja. Und dementsprechend kann ich das ganz, 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 ganz schwer einschätzen, ja. Wenn ich eine medizinische Aktie in meinem Portfolio haben will, dann gucke ich mir lieber die Top-Apotheker an, ja. Da weiß ich, okay, die verdienen ihr Geld. Das digitale E-Rezept, das wird sich bei denen weiter tragen. Ob das Geschäft bei Teladoc tatsächlich erfolgreich ist, weiterläuft, kann ich von hier aus nach der Nachrichtenlage so gut wie gar nicht ermessen. Man wollte ja vor allem auf alte Leute zählen, dass alte Leute sich Computer setzen und nicht aus dem Haus raus müssen. Aber wenn man zum Arzt geht, der weiß genau, warum alte Leute zum Arzt gehen. Nämlich nicht, weil sie wirklich krank sind, sondern weil sie am Mann zuquatschen wollen. Richtig. Sie sich auf die Stirn fassen lassen wollen, sagen, oh, Frau Müller, Sie schauen aber heute genau. Und deswegen, die am Computer, die werden sich aufs Tablet setzen, niemals. Nein, nein, nein. Und ich sehe auch nicht die 70-, 80-Jährigen, die sich da einen Zoom oder einen PC oder eine Kamera hinstellen und da, du musst ja auch zuerst mal einen Deutschlandarzt finden, der das mitmacht. Ja, also das sehe ich nicht. Also auf dem deutschen Markt gar nicht. Deswegen, ich kann das ganz schwer ermessen, ob da ein Geschäft geht oder nicht. Der Alexander Wich fragt nach der Höhe Auto-Liners. Jens, gehört ja zu den führenden, weltweit operierenden RORO-Räder rein und ist seit Ende 2021 an der Börse, haben einen guten Start hingelegt, zuletzt etwas zurückgekommen. Was ist da deine Meinung dazu? Ja, so der RORO-Zyklus ist so wie der Schweinezyklus ein bisschen. Also immer gibt es zu wenig, dann werden wieder gebaut wie irre. Dann gibt es wieder zu viel, dann werden die wieder verschrottet. Und genau in diesem Zyklus befinden wir uns jetzt gerade so ein bisschen am Höhepunkt. RORO-Schiffe werden eigentlich immer gebraucht. Weißt du übrigens, welches die erste RORO-Schiff überhaupt war in der Menschheitsgeschichte? Nicole? Nee. Religionshinterricht? Noah, Alfred Noah oder wie hieß er der Arche Noah Fritz da? Der hat die erste RORO-Fracht gebaut. Also Roll-on, Roll-off ist tatsächlich, man muss was an Bord bringen, was selber sich bewegen kann. Dadurch hat man schnellere Ladezeiten. Der hat also tatsächlich damals von jeder Tierart zwei an Bord genommen. Wahrscheinlich auch süß aus der Fische, weil da kam das Meer dann, den müssen wir auch überleben. In diesem Monsterschiff von wahrscheinlich zwölf Kilometer Länge ist er aufs Meer rausgefahren und hat dann da, also das war die erste RORO-Fracht quasi. Und später die Kreuzfahrer hatten auch RORO. Die haben Pferde transportiert, also auch Roll-on, Roll-off. Also es war lange Zeit ein gehyptes Thema und ist jetzt wieder ein bisschen in Mode gekommen. Man braucht eben bei RORO keine Kräne, die aufladen. Man hat viel kürzere Liegezeiten. Und das Thema Autos ist ein Thema, aber auch Lastwagen und schwere Container, die jemand an Bord rollen kann. Also kurze Liegezeiten, das macht das Ganze günstiger. Definitiv ist die Dividende von ungefähr 30 Prozent gerade, aber nicht nachhaltig. Also das kann sich ganz schnell wieder drehen. Und die Chinesen bauen gerade wieder RORO-Schiffe en masse. Und wer die Chinesen kennt, der weiß, die machen das alles bis zum Exzess. Also die werden das Ganze ziemlich bald fluten. BYD selber hat jetzt RORO-Frachter gebaut. Man wird also den Markt dann bald wieder unterbieten. Und deswegen, man kann da einsteigen. Die haben spannende Schiffe, vor allem sehr umweltfreundliche Schiffe mit Gasantrieb und Solarpanels und so weiter. Sie achten sehr auf Umwelt, eben Norweger, alte Wikinger quasi. Aber die 30 Prozent, die werden jetzt nicht drei, vier Jahre hintereinander kommen, dass man jetzt Geld wieder raus hat, sondern das kann auch schnell zurückgehen. Und dann muss man, wie bei Schiffen eben auch, viel Geduld beweisen. Also Seefahrer kennen das. Viel Geduld, wenn man von den USA nach Australien fährt mit dem Schiff. Da muss man am besten Karten mitnehmen und lange Zeit aufs Meer gucken können. So ist die Anlage in Schiffsaktien eben auch immer. Da gibt es mal ziemlich magere Jahre, wo nicht viel geschieht. Wenn man dann nicht genug Tiere an Bord hat wie Albrecht Noah, dann hat man nicht viel zu tun. Kommen wir zur nächsten Aktie. Der Bimolo fragt uns zu unserer Meinung zu Eikstron. Und auch der Ronny möchte wissen, Eikstron hat inzwischen wieder Luft nach oben. Ist das jetzt eine Kaufchance oder soll ich da noch abwarten? Ja, die jüngsten Quartalszahlen haben der Eikstron-Aktie ja zugesetzt eher. Der Ausblick kam bei den Investoren nicht wirklich gut an. Mick, deine Meinung? Ja, vollkommen richtig. Beides hat nicht gepasst. Weder die Zahlen noch der Ausblick. Im Jahreshoch die Aktie bei 39,16. Aktuell bei 24,42. Da scheint so ein bisschen die Fantasie nach den Zahlen rausgegangen zu sein. Heißt also, so oder so braucht die Eikstron jetzt einen positiven Nachrichtenfluss, damit man da halt eben wieder mal anknüpfen kann. Aber wir haben auch schon seit längerer Zeit Gerüchte innerhalb des Marktes, muss man ganz klar sagen. Und zwar hat man ein Unternehmen im Markt mit dem Namen Wolfspeed. Und die sind führend in der Silizium-Tarbut-Technologie. Und da hört man wohl, dass eventuell Eikstron, Wolfspeed verlieren könnte, weil die halt eben auf anderen Basen, auf anderen Ebenen arbeiten. Sollte das natürlich der Fall sein, wäre das natürlich letztlich eine schlechte Nachricht für Eikstron. Steht aber noch nicht fest. Es ist halt eben nur ein Gerücht. Und zudem hat Wolfspeed aus den Vereinigten Staaten auch noch zwei Konkurrenten von Eikstron mit im Boot, nämlich Nuflare. Und dementsprechend hat man sich da natürlich noch Wettbewerber, Werkzeuglieferanten mit ins Boot geholt, was natürlich auch nicht unbedingt für Eikstron spricht. Heißt, jetzt gilt es abzuwarten, was geht dieses Jahr. Kann man den Ausblick vielleicht dann doch toppen, also besser sein? Wie sehen die nächsten Zahlen aus und wie kriege ich vor allen Dingen positive Nachrichten im Markt platziert? Dann hat die Aktie auch wieder Luft nach oben. Sie ist gut aufgestellt, muss man sagen. Das haben wir die letzten Wochen und Monate ja gesehen. Ich habe ja, glaube ich, letztes Jahr mit Eikstron auch noch einen Mix Insider gemacht. Finde das Unternehmen wirklich gut und top aufgestellt. Ist ja in einer guten Branche unterwegs. Wie gesagt, aktuell komme ich günstig an die Aktie 24,40. Klar hoch knapp 40, wieso nicht? Dann haben wir zum Schluss noch eine Frage an euch beide gerne und zwar auch hier im Chat. Und ich habe es auch per E-Mail bekommen, wird immer mehr gefragt nach den Solar-Aktien. Und zwar sehen wir da jetzt wieder so ein bisschen einen Rebound. Thema First Solar, Solar Edge, Jinko Solar, Canadian Solar. Hier hat man auch SMA Solar im Chat. allem vorschreibt auch, First Solar scheint wieder langsam vom Inflation Reduction Act zu profitieren. Wie seht ihr das? Sehen wir da jetzt gerade wieder einen Rebound bei Solar? Jens? Also ich sage mal, der Rebound wird kommen, aber es dauert noch ein bisschen. Also ich denke mal, es wird eine zweite Energiewende geben. Also nicht das, was jetzt die Grünen da gerade an den Haaren herbeizerren, dass man jeden Balkon mit Solarzellen zupflastert und sich keine Gedanken macht, wo das Ganze gespeichert werden muss. Das wäre nämlich die wichtigere Frage gewesen. Wo kann ich den Solarstrom speichern, wenn er nachts gebraucht wird oder im Winter vor allem? Und diese Frage, da gibt es gerade die ersten Lösungen und das sind gute Lösungen. Und wenn diese Lösungen gefunden sind, dann wird es losgehen mit dem zweiten Energiewende und die wird dann sehr, sehr nachhaltig sein. Und da werden wir dann auch alle Solarzellen brauchen, die die Chinesen von Jinko gerade in großen Mengen, in zu großen Mengen produzieren. Und aktuell haben wir gewaltige Überkapazitäten, die eigentlich keiner mehr will. Wer eine Solaranlage am Dach wollte, der hat die jetzt und alle anderen werden so schnell nicht nachziehen. Eine Zahl habe ich für euch. 400 Gigawatt Leistung könnten wir auf den Hallendächern in Deutschland installieren, Industriehallen und so weiter, ohne ein Problem zu haben damit. Also das wäre ungefähr die Energie von 350 Atomkraftwerken. Hätten wir alleine, wenn wir die Dächer von Industrieanlagen zupflastern würden. Wenn wir das haltbar machen können, wie gesagt, die Technologien kommen gerade. Da könnte ich jetzt eine eigene Sendung nur machen mit euch. Aber die Zeit haben wir heute nicht. Vielleicht machen wir mal ein Spezial mal irgendwann oder sowas. Aber diese Technologien kommen eben gerade erst. Und wenn die dann da sind, dann wird es nochmal eine zweite Revolution geben. Und die wird dann nachhaltig sein und ohne Verzicht, ohne diesen marxistischen Quatsch dahinter, dass wir alle mit dem Lastenfahrrad zur Arbeit dödeln müssen, ohne das Ganze. Es wird dann eine sehr nachhaltige Zeit kommen und die wird gut werden. Und darauf freue ich mich schon gewaltig. Long. Da hast du recht, Jensen. Da bin ich bei dir. Ich meine, die meisten haben sich ja nach dem Abverkauf zuerst mal nicht erholt, muss man sagen. Auch vor allen Dingen, wenn wir da auf diese deutsche SMA Solar schauen. Aber sollten diese neuen Technologien kommen, dann denke ich auch, dann wird auch das Thema Solar nochmal ordentlich zulegen und vielleicht auch neue glänzende Zeiten vor sich haben. Aber wie gesagt, du hast recht, es muss halt eben jetzt zuerst einmal geliefert werden. Ja. So, dann schauen wir mal, welche Fragen wir noch im Chat haben, welche ich euch geben könnte. Hier fragt die Heike Henschel. Mutares nachkaufen. Wie soll man sich da jetzt verhalten? Ich glaube, ihr kennt euch beide aus bei der Aktie. Mick? Ja, wie liegt die Akton 30 bei 35,45? Gibt heute leicht ab. Mutares, habe ich auch schon interviewt, hat eine geile Dividende von locker über 5%. Das ist ja das, was mir gefällt und ist ja auch nicht mehr allzu weit vom Jahreshoch entfernt. Da lag man bei 38 Euro. Ich muss sagen, also Mutares ist für mich immer einen Blick wert. Ja, meine, es ist ja eine große Beteiligungsgesellschaft, eine große Holding. Und von daher, ja, kann man nachkaufen. Also ich stehe zu der Aktie, finde ich in Ordnung. Und wie gesagt, die letzten Zahlen, die man da präsentiert hatte, waren mehr als gut. Es ist halt so, dass Mutares genau wie Aurelius mal früher, also so wie Mutares war früher Aurelius, und die wurden dann vom wilden Affen gebissen und wurden von Wahnsinnigen in die Hölle geritten. Und also, das ist halt dieses KGAA verführt halt ganz gerne mal dazu, die Aktionäre so zu entsorgen, wie Klopapier genutzt ist. Und ich hoffe einfach, dass Mutares auf dem ehrlichen Weg bleibt, nicht zu so einem Satan verkommt wie Aurelius, die dafür wahrscheinlich eine Hölle schmoren werden. Jens, hier ist noch eine Frage für dich vom Silber. Was sagst du zu Amadeus Feier? Hast du da eine Meinung? Die haben noch viel Vorsicht, glaube ich. Halte ich für sehr aussichtsreich. Personaldienstleistungen. Die haben ihr ganzes Potenzial noch gar nicht ausgerollt. Also, die sind noch so am Finden und die machen gerade ein sehr aktives Business Development. Die helfen uns hin und wieder in der Firma auch aus. Und ich glaube, dass die noch von ihrem Höchstkurs entfernt sind. Zahlen übrigens auch eine nette Dividende, die jedes Jahr angehoben wird. Ich glaube, dieses Jahr wird auch wieder angehoben, so um 15 Prozent oder sowas. Also, schon eine Wachstumskurve. Kann man sich ins Depot legen, macht man jetzt aktuell nicht viel falsch damit. Nein. Mick, du kennst dich ja gut mit Gold aus. Der Perkons fragt, bitte um eine kurze Einschätzung zu B2 Gold und Eldorado Gold. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Eldorado Gold. Das ist natürlich schwer. Gehe ich raus. Ja, also, ich kenne die großen, Barrick, Newmont Mining, all die, die du so haben willst. Andere habe ich nicht auf dem Schirm. Der Goldpreis hociert, bin ich bei, 2200 US-Dollar pro Fall. Ein Unze, ja, klar. Aber wenn ich wirklich Minenaktien kaufe, dann kaufe ich mir wirklich nur die großen, die, die auch Geld verdienen, wo ich weiß, die sind seriös und arbeiten auch seriös. Da brauche ich also auch keine Minerals und Minings, die da unter einem Dollar notieren oder so. Ja, aber wie gesagt, da habe ich momentan keine Einsetzung von. Wir haben über 150 eigene Gold Companies, sehr, sehr viele aus Kanada drunter. Also, die habe ich bei Gott nicht alle auf dem Schirm. Und bei Kanada sollte man allein schon deswegen einen großen Bogen machen, weil man da quasi komplett unreguliert an die Börse gehen kann. Mit einer Firma, die nennt man dann halt Eldorado Gold oder Dark Gold Mines oder sowas. Die liegen alle unter einem Dollar. Eine Aktie, von der ich jetzt noch nichts gehört habe, kennt euch, kennt sich einer aus zur Keuring, Dr. Pepper. Die habe ich jetzt zwei, dreimal im Chat schon gelesen. Sag das euch was. Kennst du von Forrest Gump vielleicht? Da trinkt er ganz viel Dr. Pepper Cola, trifft dann den Präsidenten, muss ganz trinkt aufs Klo und sagt es dem Präsidenten dann. Ist, ja, Limonade und so ein bisschen Snack-Hersteller. Nicht gerade günstig und jetzt auch nicht gerade so eine Wachstumsrakete. So ein bisschen wie Pepsi die Richtung. Etwas teurer als Pepsi und, ja, also solide, würde ich sagen. Solide, etwas öde, aber jederzeit Dividende steigernd. Ich weiß gar nicht, ob die Aristokrat schon sind. Kann man machen. Die Cola selber hat einen sehr eigenen Geschmack, muss man mögen. Ich bringe sie hin und wieder, aber viel schaffe ich nicht davon. Also da hat Forrest Gump die Nase vorn. Eine Frage noch an dich, Mick, vom Stefan. In Frankreich wurden Windräder verboten. Wie sind die Auswirkungen auf Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens, die Windräder bauen? Hast du da eine Meinung zu? Da haben wir bis dazu noch nichts gehört. Aber wir wissen ja, wie es bei Siemens Gamesa ausschaut in Spanien. Also da hat man natürlich schon ordentlich Verluste hinnehmen müssen. Das haben wir ja im letzten Jahr auch immer wieder gesehen, was bei Siemens Energy bedingt durch Gamesa halt eben vor allen Dingen auf dem spanischen Festland wurde. Ich meine, es ist so interessant, dass die Franzosen jetzt mittlerweile hingehen und sagen, mir scheinen nur noch Atomkraftwerke zu bauen. Ja, und wir wollen also mit Windkraft oder Windrädern relativ wenig zu tun haben. Sollte vielleicht mal unser Herr Habeck nach Frankreich reisen oder unsere Frau Baerbock, um da eventuell ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Ja, aber tut man natürlich logischerweise nicht. Muss man mal abwarten. Kann ich momentan noch nichts zu sagen, inwieweit sich das tatsächlich auf die Siemens, auf die Siemens Energy dann halt eben negativ auslässt. Ich kann nur sagen, die zwei größten Energieversorger Frankreichs, nämlich Total Energies und die Angers, machen beide extrem viel Windkraft. Die bauen mit die größten Windparks überhaupt. Aber halt nicht in Frankreich selber, sondern ins Meer, wo Windparks halt auch wesentlich mehr Sinn ergeben. Denn an Land hat man halt sofort einen, der sagt, die schaut doof aus. Oder nicht in meinem Garten. Und am Meer hat man das Problem eben nicht. Da haben wir nur ein paar Seekühe, die muss man zur Seite schieben. Da kann man das Windrad da hinsetzen. Neulich sind auch schwimmende Windräder. Da haben wir nicht mehr die Seekühe, die man zur Seite schieben muss. Also Windenergie, Offshore hat schon ihre Berechtigung. Und Onshore ist halt Zappelstrom, wie Solar auch. Ja, das ist schwierig. So, zwei Fragen nehmen wir noch dran. Die von Markus Kiewitter. Wie ist denn eure Meinung zu Novo Nordisk, Mick? Da fragst du besser, wenn Jens da kennt, der sieht besser aus. Okay, die nächste Frage ist auch von Jens. Dann nehmen wir beide an, Jens. Ja, Novo Nordisk, da habe ich ehrlich gesagt meinen Finger auf dem Verkaufsknopf immer noch. Echt? Ja. Das wäre so bullig gewesen. Ja, aber die sind jetzt so teuer geworden. Ich bin jetzt, glaube ich, für sieben, für achtfacht mittlerweile. Und das ist schon sehr spooky. Aber immer wenn ich verkaufe, mir passiert was Neues, legendär Geniales. Und dann gehen sie nochmal ein Stück drauf. Und jetzt hat man, also die Schlankheitsspritze ist ja schon mittlerweile in aller Munde und vor allem Bauch. Aber jetzt kommt die Schlankheitspille. Also Vigovie zum Schlucken quasi. Und das wird doppelt so wirksam sein. Also nimmt man doppelt so viel ab und wird doppelt so dünn und doppelt so hübsch und doppelt so sexy. Und das wird also die Aktie nochmal gewaltig antreiben. Es ist immer das Risiko dabei, dass Langzeitfolgen bis jetzt noch nicht bekannt sind. Das heißt nicht, dass es sie nicht geben könnte eventuell. Und wenn irgendein Dr. Doom rausfindet, dass das ganze Hautkrebs macht oder Zahnausfall, dann wird eine Klagewelle losgetreten. Die wird epochal werden wieder. Da haben wir wieder so ein Bayer-Thema. Punkt zwei, ja. Ja, und deswegen, das sollte man im Hinterkopf behalten. Aber natürlich ist das momentan eine unendliche Wachstumsgeschichte. Und die kaufen bei uns momentan, was am Lager ist, kauft diese Firma weg und baut es bei sich ein. Die brüllend wachsen immer größer. Aber deswegen, ja, also ich bin noch dabei, aber der Kurs ist schon sehr, sehr hoch gegangen. Aber es ist immer noch wert, finde ich. Das ist das Problem bei der Firma. 120 gerade. Mick, noch eine Frage von Eddie an dich. Wie hoch sollte aktuell die Cashquote sein? Naja, ich meine, jetzt, wenn wir tatsächlich mal eine Konsolidierung reinkriegen in den Markt, ja, da wäre es natürlich schon mal nicht schlecht, wenn man so 10, 15 Prozent hätte, um halt eben entweder das, was man schon hat, nochmal nachzukaufen oder halt eben sich auf neue Aktien zu konzentrieren. Also von daher 10, 15 Prozent halte ich zum aktuellen Zeitpunkt wirklich für angemessen. Denn, dass der Markt tatsächlich mal konsolidiert und runtergeht, ja, das ist tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit. Das kann jetzt im April, Mai natürlich sein. Dann habe ich, wenn ich kein Cash habe, natürlich auch nicht die Möglichkeit, irgendwo nachzukaufen. Deswegen mein Rat 10, 15 Prozent auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch. Die finde ich nämlich selbst auch sehr spannend. Jens, das müsstest du wissen. Der Ben82 fragt, welche Aktie profitiert als Reed von Serverfarmen? American Tower, fragt er. American Tower macht eher Funktürme. Also das, was dein Handy mit der Welt verbindet. Es gibt den Digital Properties Trust, der ist eigentlich komplett auf Serverfarmen. Und die VP Carry macht auch so ein bisschen Serverfarmen. Aber der Digital Properties Trust ist eigentlich, wie der Name schon zu erkennen, gibt 100 Prozent Serverfarmen. Und ja, der profitiert da sehr aktiv davon. Sehr gut. Dann war es das mit den Fragen, würde ich sagen. Ich danke euch recht herzlich für eure Meinung und Beantwortung der Fragen. Ja, morgen haben wir ja Börsen geschlossen. Da ist kein Freitag, Mick. Da wird nicht gehandelt. Jetzt haben wir mal Urlaub bis Dienstag. Aber wobei, am Montag ist in Amerika schon wieder auf, stimmt's? Ja, am Montag wird in Amerika wieder gehandelt. Nur wir haben morgen und am Montag tatsächlich frei. Aber, ja, morgen wird natürlich unternehmensseitig nicht relativ viel passieren. Das ist natürlich ganz klar. Aber wir bekommen nochmal Zahlen und Daten aus den Vereinigten Staaten. Und die dürften durchaus wichtig sein. Nämlich private Einkommen und Ausgaben und die Lagerbestände für den Großhandel. Und da sind diese PCE-Werte mit dabei. Und die wird sich natürlich ganz klar Jerome Powell natürlich mit anschauen. Also, Konjunkturdaten sind da gehandelt. Wird nicht die Amerikaner starten am Montag früher in den Handel hinein. Da sind wir erst wieder am Dienstag mit dabei. Und das hat man ja auch heute im Donnerstag Handel schon so ein bisschen auch gesehen. Ja. Ja, und morgen haben wir auch noch eine kleine Überraschung. Da kommt nämlich ein Video, ein schönes Interview, das ich mit dem Stefan, er ist auch hier im Chat, mit dem Stefan Greuder geführt habe. Und es gibt eine kleine Club-Aktion für alle, die noch nicht in unserem Aktienlust-Club sind. Also seid gespannt. Schaut da unbedingt mal rein. Neues Video. Und ansonsten, hier wird schon frohe Ostern gewünscht. Wünschen wir natürlich auch unseren Zuschauern hier frohe Ostern. Erholt euch gut am Wochenende. Hoffentlich haben wir einigermaßen schönes Wetter. Und ja, euch beiden auch schöne Ostern. Und ich übergebe euch das Schlusswort. Jens, Mick. Ja, unseren spanischen Zuschauern wünsche ich Buenos Aires. Und ansonsten, ja, wirkt mir ein frohes Fischessen morgen. Ich persönlich stehe auf Pommes um. Ja, da hast du recht mit. Ja, und nächstes Wochenende, jetzt nach Ostern, nächstes Wochenende, da werden ja Cliff, Jürgen und ich in Wien sein. Wir haben Wien-Börsentag. Also alle die, die aus Österreich sind und zuschauen, werden wir wahrscheinlich dann natürlich auch am Freitagabend schon mal wieder ein Club-Treffen machen. Also für alle die, die in Österreich unterwegs sind, nächstes Wochenende, Börsentag ist am Samstag, Freitagabend vorher gibt es da ein Club-Treffen, kann man sich aber über die Seite bei aktienlust.tv natürlich näher informieren. So, dann schöne Ostern alle und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.